Regers Ratschlag. Auf die Frage, ob Reger wüsste, welche Ehrenwerte büßte, zu versiertem Tastenspiele auf dem Flügel ihm gefiele und Herr Reger dieses Mal den Herrn Beethoven empfahl, da der Herr, der dieses fragte, am Klaviere stets versagte. Er meinte später jener Herr, warum der, sprach Reger, mit Verlaub, er war taub.